ein guter leute hier jetzt geht es ja wieder rund hier ist Showtime hier mit dem Promi Big Brother hier freue ich mich schon die ganze Zeit drauf hier und das wird bestimmt wieder lustig ich guck mir das immer ganz gerne an hier das Zeug da hier und diesmal ist ja auch der Willi da der Willi Herren dabei gell und der will ja irgendwie da den Sieg da nach Köln holen hier du hat es hier macht er es hier will und der ist ja auch super der Willi da gell 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 und der hat sich ja da jetzt vor kurzem da irgendwie die Haaren bis ich machen lassen da das sieht Mats aus hier du also ehrlich hier und der singt ja normalerweise auch da mal locker rum und so ganz gut gell gell also jeder bringt Stimmung hier der Kerl hier da guck ich mir dann das Promi Big Brother zu euch auch so und äh ja rasieren könnte ich nicht mal da leg mich um Arsch jeder und da werd ich euch davon berichten hier gell und äh da werd ich nicht mehr schade den Fernseher schalten vergesst auch nicht den Fernseher zu machen da und dann denke ich schon das wird wieder lustig da ist dass sie immer ein bisschen durcheinander die Leute da drin so gell wenn die da so in den Containern sind und so weiter da und so flippt die bisschen aus da und so weiter da und ja da sind noch so ein paar andere da weiter wenn wir mal gucken was da abgeht hier gell gell bis dann hier tschö machts gut ja hier